Hallo, ich bin Peppa Wutz. Möchtest du mit mir befreundet sein? Peppa kann's kaum erwarten, allen die Neuigkeiten zu verkünden. Auf geht's! Suche dir als erstes aus, was du anziehen möchtest. Toll! Und welches Tier möchtest du? Willst du einen Hut? Sehr gut! Wenn du dein Spiel beginnst... Dann mal wiederholen, einen Ball hatte. Die deutsche Erasmus-Bugge ist so wichtig. Der Arab-Kircha hat die Abenteuerung als Nights of 9-3-3. Er hat sich in die Abenteuerung als Nights of 9-7. Er hat sich in die Abenteuerung als Nights of 9-3. Er hat sich nicht viel zu tun. Er hat sich nicht auch immer befreundet. Er hat sich nicht viel zu tun. Er hat sich noch immer befreundet, Wenn du einen kleinen Bewerb-Kirchaum hast, ich glaube, dass du ein Freund über den Ecken hast. Femm! Wie bist du? P-Tag? Sie müssen sich einschränken, und wenn Sie jemanden treffen, Sie sind es. Okay! Du bist es! Der Kindergarten! Du bist im Kindergarten. Hier kannst du mit Peppa und ihren Freunden lernen und spielen. Hallo, Herr Bulle! Was passiert hier? Gute Arbeit! Alles ist perfekt vermischt. Wir machen einen leckeren Salat aus dem ganzen Gemüse. Oh ja! Wir finden ihn! Wir sind gut im Sachen finden! Gehen wir hier le- Mr. Kartoffel! Peppa mag Mr. Kartoffel. Du auch? Ja, bitte! Das klingt sehr gut! Drei, zwei, eins! Endspurt, Kinder! Ihr seid schon fast an der Ziellinie! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Ihr habt heute alle einen Pokal verdient, nicht wahr? Peppa? Luzi? Pedro? Kapitän Pegmajol. Ich auch. Eine Busparty ist lustig! Peppa und du, ihr seid jetzt wohl die Königsfamilie. Und bekommt alles, was ihr euch wünscht. Habt ihr noch einen Wunsch, eure Majestätin? Drei, ein Dört, Köpfeu, ein Schuldiger Weizen. Er darf uns wegfahren! Wisst ihr vielleicht schon, was diese Dinger... Hau an? Ist das 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 Planäte? Eh oui! Und du kennst das das Planäte? Oh... Nein, nicht wirklich. Oh, ich weiß eine, die Erde. Sehr gut, Papa Pig. Hier ist die Erde. Es gibt auch Vênus, Mars, Neptun. Willst du uns vielleicht etwas vorsehen? Wer weiß. Möchtest du das Vögelchen? Möchtest du das Vögelchen? Vielleicht Insekten? Ah, danke schön. Und, schmecken sie dir auch? Was war das? Was macht ihr denn hier? Ich fahr aus der Haut, um dich da zu beerdigen. Nun, baut ihr doch schon euer Zelt auf. Peppa, wir nehmen euch mit zur Burg Wetterstein. Burg Wetterstein hat einen sehr hohen Turm. Von dort kann man die ganze Stadt sehen. Burg Wetterstein! Kartoffel-Traumstatt. Kann wir hin, Mama? Bitte. ahhh ... Maann ... Morhaban bicuma. Yabedou anna kuma muztemapi ane k那我們innen. Vorsicht! Fahrt dinghüge nicht zu schnell hinunter. Viel spass! Bitteschön. Viel Spaß. Guck mal, ich hab was, was schön glänzt. Eine Münze. Vielleicht gehörte sie mal einem Piraten. Boah, ich liebe Piraten. Jardini, har har har. Was ist das? Warum bewegt sich der Ast? Knirpsi, die Schildkröte. Knirpsi, die Schildkröte? Was macht er auf dem Baum? Hilft Pepper die Leiter zu finden, damit Madame Gazelle Knirpsi helfen kann. Schildkröte. 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 Kartoffeltraumstadt. Hier warten Spaß und Abenteuer. Und ihr lernt, wie wichtig Gemüse ist. Na, Pepper. Ihr zwei Freunde habt ja schon viel Zeit zusammen verbracht. Allerdings ganz schön viel Zeit. Und ihr wart an so vielen Orten zusammen. Ihr wart bei uns zu Hause. Und bei uns wart ihr auch. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Ja. Oh ja. Wir waren sogar gemeinsam am Strand. Ihr habt Dinge in den Felsbecken gefunden. Felsbecken. Felsbecken. Und auch im Wald. Ihr habt Knirpsi, der Schildkröte, auf dem Spielplatz geholfen. Hurra. Und wir waren ganz oben auf dem Schneeberg. Ich hab euch geflogen. Und im Museum waren wir auch. Hat euch die Mondreise gefallen? Ich mag sie immer. Ich habe euch nun schon öfter in der Stadt herumrennen sehen. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Von Burg Wetterstein aus konnten wir die ganze Stadt sehen. So eine herrliche Aussicht. Und jetzt durfte auch ich dich kennenlernen. Hier in der Kartoffeltraumstadt. Ja, ich hatte so viel Spaß. Nur wegen dir. Freunde! Ihr bleibt immer Freunde. immer Freunde! immer Freunde! hahaha hahaha Untertitelung des ZDF für funk, 2017